Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ein Schwein, ein Schwein, ein Esel, ein Hund, eine Katze, ein Hahn und ein Schwein? Ein Schwein, das passt schon von Natur aus nicht zusammen, wuff! Obwohl, vielleicht ist es ja ein Glücksschwein, dann hätten wir immer ein Glücksschwein dabei. Und Glück können die Bremer Stadtmusikanten immer gebrauchen. Ja!